Moin moin und weiter geht's hier mit Borderlands 2, an dem wir eben gerade abrupt unterbrochen wurden, denn Galast hat mit seinem Facelock-Skill seinen PC gerade gefacelockt, was den Vorteil hatte, dass er komplett gekickt wurde aus dem Spiel und jetzt wieder, ja sogar aus dem kompletten Windows, und jetzt ist er wieder Level 4 und hat seinen Action-Skill nicht mehr. Und ich überzeuge, dass ich Level 5 war, ich war sogar schon fast Level 6. Wieso, ich hab den Part gelöscht? Hihi, nein Spaß. So, ihr könnt jetzt mal meinen Action-Skill sehen. Ja, gebt noch an! Oh, dein scheiß Roboter macht nichts. Das ist dumm, siehst du, der ist schon tot. Ne, der ist nicht tot. Ist mir egal, ich sag einfach, dass er tot. Die Zuschauer glauben's schon. Hier, guck dir meinen an. Death Trap. Ist er nicht schick? Er hat sogar ein Hätzchen auf der Brust. Ich glaube, er wächst draußen rum. Ja, warte mal, weil ich muss hier noch was einsammeln. Ist mir egal. Es ist so traurig. Ey, warte mal auf mich. Kannst ruhig hier mal die Dinger hier abknoppen. Abknoppen. Ja, tut mir leid, dass ich hier 4 Bulli-Mongs bei mir habe. Bulli-Mongs? Ja, 4 Stück. Ach so, hier gibt's Gegner. Hey! Ja, wenn nicht mehr von so. Wäre mal hilfreich, ne? Ja, ja, freulich. Ich, äh, belebe dich auch gleich wieder. Ja, bis zu 10 Metern, mir vorbeigerannt. Ich hab dich grad nicht gesehen. Drei Unbesorgsbürger. Ich rette dich. Blockier mich nicht. Ich wollte dich wiederbeleben, danke. Ich hab ein Medikit entdeckt. Das hast du blockiert. Das hast du getan. Und du hast dir mein Medikit genommen. Super, danke. Das hat dich für zapsicht. Würde ich jetzt auch sagen. Aua. Jawohl. Das killt doch mal hier wen. Werfen Granate! Ja! Beim fast Toten wirfst du hier nur eine Granate, oder? Na und? Das! Das muss ich's halt machen. Wieso? Ich hab doch hier den hier getötet. Den hier. Jetzt noch nicht. Da hab ich grad nochmal ein volles Magazin mit einer Pistole drauf geschossen. Ich hab den aber gekillt. Nein. Der, der killt. Der sagt noch ein Wort. Und meine Tuss hat gerade durchgesagt. Kümmer dich lieber um die Vögel, die hier rumfliegen. Wieso? Du hast doch die, äh... Vogelwaffe. Wie ich sie jetzt nenn. Hab ich gar nicht. Doch, du bist, äh... Ich hab ne Pistole. Hab ich nicht. Nein, ich hab ne Pistole. Na... Was gibt's hier? Schild? Wobei ne Pistole auch ziemlich gut gegen die Vögel, das war's mir egal. Bist du Schild? Was ist mitm Schild? Das Schild hab ich schon liegen lassen, danke. Ach, dann... dann nicht. So hier beißt die irgendwie... die Viecher. Ach, hier hinten ist ja schon Map Ende. Warum sind wir gut hintergelaufen? Darum. Ist ja dämlich. Was ist hier die Viecher killen, oder was? Kannst ja nicht. Ich bin ja schon da. Ja, das haben wir gebrochen, wir sind hier weggeflogen, oder was? Tschüss. Ah, es kommt wieder. Ja, komm. Ihr Sackratten. Ah, Sackvögel. Für mich sind das große Sackratten. Na, wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Wer kommt? Na? Wer? Ach, die haben keinen Bock, die Fliegen weg. Au! Au! Die wollt ihr was... Die wollt irgendwie zu dir. Wo seid ihr überhaupt? Boah, Alter. Dass ich diese hässlichen Vögel nie seh. Aua! Ruhig. Au! Au! Ich treff die Schleswögel nicht mehr egal. Ich renne weiter. Nee! Doch. Ist doch doof. Ich krieg die eh nicht tot, man. Aua! Aua! Und Sprung! Danke für die Beschleunigung. Wer hat mich grad von hinten gerammt, als ich gesprungen bin. Lol. Das ist halt nicht tschüss. Tschüss! Mistviecher ey. Wow! Hier küss ein Schrotgewehr. Wirst du nicht, ne? Ich hab eins. Danke. Sonst schaden hab ich sie mir. Fünf... Au! GZ! Du kannst ja festlochen, die Viecher. Ganz sicher nicht. Fliegen sie ja noch weiter. Au! 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 Gibt's hier? Ach, hier ist weiter kein Bock. Aua! Dämliche Misticher! Wo! Au! 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 Nein! Ach du Sackgesicht! Was machst du denn? Aua! Klau mir den Kill! Klar. Du musst schon irgendwie... Hallo? Ja, ich... Ich tu nix! Ja, der hat mich ja aber nicht... wiederbeleben lassen. Weil dann hast du ja Roboter ständig dazwischen kamen. LOL. Ich sag nicht erst Kacke. Aber mein Robot hat mich wenigstens dann wiederbeleben lassen. Weil er hat nämlich grad nen Kill gemacht. Tja, nicht gehabt. Na, stirb! Kriegst du ihn irgendwann tot? Kann halt nicht. Geil. Yes. Ist meine Muni alle. Ah, meine auch fast wegen hässlichen Vögern. Ah. Hier oben ist schon wieder rumfliegen. Gibt's jetzt hier Granaten-Action? Ah, fuck. Munition, Alter. Du kannst, police-Action. Renn, du Hund! Nch, du Hund! Mein exempel. Nch, du Hund! Ein... Kammer-Symbol, oder? Unten am Schiff? Nee, nicht unten am Schiff. Nee, es war in der Stadt erst. Nee, hier. Das Schiff da vorne. Oder? Nee, da. Da. Das Schiff da drüben. Guckst du echt am Schiff, eins? Ja, gab ja zwei Schiffe. Ja, das hab ich gesehen. Danke. Wir sind direkt an beiden vorbeigedauert. Nee, bei diesen waren wir noch nicht, weil sonst hätte mir die Gegner gekillt. Ja, aber wir haben es ja trotzdem schon gesehen. Da sind wir direkt an vorbei gedauert, aber... Naja. Scheiß Vieh. Ah, brenn, brenn! Wow. Du schoss mich hier nicht runter, du Sackgesicht. Ja, danke, aber du killst mich. Nimm dir den da. Dann habe ich. Ja, ich musste mich gerade auch mal wiederbeleben. Ja, wie viele denn noch? Oh, no bad ass. Du, hier, Roboter-Action. Soll halt bad as sein. Fick dich. Das ist ein Zweibler, das, okay. Zum Glück, zum Glück blockiert dein Scheiß-Typ hier auch überhaupt nicht die Sicht oder so. Ah, fuck! Super. Wurde ich gerade wiederbeleben. Na los, Roboter! Mach was! Ich bin bloß lange zu warten. Roboter, los! Ach, super. Ja. So ein Badass hat doch noch ein bisschen... ...mehr Power. Hm. Ich kann einfach, wenn man nur eine Scheiß-Schrot hat. Oder Pistole. Irgendein Idiot erzählt, ein Leben ohne Tod sei sinnlos, empfiehle ihn, ihn zu töten. Au! Jetzt reicht's ja mal hier, ey. Der Scheiß-Mist-Fiecher, ey. Ach, nicht so kaputt. So kaputt. Komm alles zu dir. Wuuu! Einer tot. Und wieder hoch. Wieder einer tot. Ah! Wieder einer tot. Was? Hat sein Typ gerade gesagt, eins mit Sternchen? Das ist ne Tusse, aber ja. Mich hat's egal. Der Charakter ist auch der Typ. Sie hat keine, äh... ...Eier und keinen Schwanz. Es ist ein Mädchen. Doch, vielleicht hat's einen Schwanz. Einen Pferdeschwanz. Ha, ha. Ha. Ja. Schlecht. Ja. Ja. Danke. Gut. So, nochmal hier lang. Ich schlaf mal eben noch. Oh, scheiße. Badass. Ha, scheiße. Badass. Was ab. Geh doch. Was denn? Was denn? Aimbotten kann jeder? Lol. Oh, ich hab ihn erwischt. Hehe. Fick dich. Ja, blockier mich doch ruhig. Steh doch nur rum. Wenn du nicht um mich herum gehen kannst, das ist ein... Das ist nicht blockieren. Sooo, was haben wir denn hier? Oh, Waffenküste. Hm. Schrot. Oh. Beide schlechter. Die andere kannst du zum Verkaufen nehmen, wenn du willst. Nö. Dann nehm ich sie. Wird eh nur zurückgesetzt. Ich brauch sowas nicht. Hehe. Nebenbei an einem super tollen Megaschiff ist hier irgendwie kein... Zeichen. Ich meine... Da ist eins. Nein. Es ist der erste in der Stadt. Ich mein, hier war eins. Hoi. Ich bin schon mal unten. Ich guck nochmal beim anderen Schiff nach. Ist der hier. Wie gesagt, ich bin schon mal unten. Oh ja. Das ist ja Zeit, hat er keine Eile oder so. Nö. Ich bin doch schon fast bei den Gegnern. Mit elf Leben. Hä? Wo war ich denn hier lang? Falsche Richtung. Ach, scheiß, er ist drauf, ey. Das brauch ich jetzt nicht. Tja. Dann lauf ich halt hier nochmal lang. Ich komm gleich, ne? Ich hoffe es dann. Hahaha. Ja, ich hatte gerade einen ungünstigen Weg gewählt. Boah, hechelt mir hier meine Tusse, ey. Meine Fresse. Alter. Ich meine, hier war ein Symbol. Ah.